Sie soll sehen, dass wir es ernst meinen, deshalb sagen wir Planet Earth First. Danke, dass ihr mit dabei seid. Dankeschön. Nächstes bitte ich jemanden auf die Bühne, von denen gibt es mehrere hier auf der Demonstration. Sie geben uns noch viele Jahre für eine gerechte Welt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich kann Donald Trump protesten, ohne zu Deutschland zu gehen. Aber kommen hier, lasst uns eine globale Gemeinschaft bilden. Und er ist länger in der IG Metall, als ich alt bin. Aber die letzten Jahre in der Diskussion um CETA und TTIP hat er...